für einen ganz kurzen moment habe ich gehofft dass das hier geisel wird von ganz klein und damit hallo oder seitz und willkommen zurück bei rainbow six siege und pablo escobar ist wieder da aber diesmal anders der hatte vorhin drei buchstaben hinten dran also entweder sich kurz um benannt oder es gibt viel zu viele davon genau richtig so was du das ja klingt wie so ein aufgangsbar näher oben da drüber schulz nein ich will da raus rennt er zur türe der einsatz in fünf sekunden rück zur bombe vor und entschärft sie unten ist schon offen aufgeschlagen vorsicht ecken fehlgeschlagen na toll hast ein handy zerstört äh ist das weder moment Ja, den kennt man schon. Na toll, der Pablo Escobar. Mit Weihnachtsmannmütze. Na, jetzt geht er dahin. Ist er auf der Treppe, ist er auf der Treppe, ist er. Ich dachte schon verletzt, weil er in der Einblendung kam, aber nein, in der Schärfer. Jetzt ist er tot. Ja, jetzt ist er tot. Kannst du in deine Kamera, genau? Ich gehe voran, nicht halben. Boah, Kollege. Im Raum ist keiner, kannst rein gehen. Bin schon drin. Eine Entschärferung. Start in tot. Entschärfer ist online und aktiviert. Mokanate unterwegs. Wo ist es, wo ist es rein? Wo ist es getroffen? Was ist mein Kollege? Ein Gegner verbleibt. Die sind beide auf der Treppe. Ich bin jetzt tot. Bin jetzt tot. Eigener Tod hat Gegner eliminiert. Wieso bist du denn tot? Von der Treppe aus. Tot bekommen. Deswegen dachte ich, ob mein Kollege gestorben ist. Nein, die sind beide da gewesen. Nein, ich kriege gut. Wie, den wolltest du doch nehmen. 0, 2, 1. Man kriegt Punkte fürs bloße Entschärfer aufnehmen. Man kann sich ja Punkte zuschieben, indem man den Entschärfer aufnimmt, fallen lässt und der andere nimmt den. Und das ist halt immer ein Wechselspiel. Warte mal, man kriegt nur Punkte, wenn der vorherige Träger totgemacht wurde. Das ist aber ganz gut, weil da kommst du hinten beim Treppenhaus raus. Und ein Küch. Ja, toll, unter Penthouse. Ne, ja, voll viel gebracht. Kessel. Aha, einer weniger. Das ist ein UMP, die haben Herzschlöcken. Ne, die haben Kaschler. Kaschler hat umgebracht. Und Kaschler hat umgebracht. Das ist ja bloß ein Hologramm. Nein, Finger weg. Weh, der macht das kaputt. Ha. Na, der hat es kaputt gemacht. Bitte Lesion umbringen. Vielen Dank. Sogepi hat nichts mehr. Auf dem Klo steht auch eins, also vorm, zwischen den beiden Türen. Boah. AKP ist ja schon drin. Aktiviere Überbrückung. Hm, Bats. Hecken fehlgeschlagen. Du musst sehen. Bald hast du Minuspunkte. Jawohl. Oh, voll verstärkt, die Arschkekskrampen. Nein, da war nie. Die hat doch noch eine Matte ausgeliefert. Alter, Kasche. Letzter Verbleibung. Ich lade nach. Ah, was macht der denn hier? Jetzt habe ich ihn umgebracht für die Geschichte mit der Drohne. Guten Tag. Das hat doch noch eine Matte aufgeliefert. Scheiße. Das hat sie selbst vorher gestorben. Hm, hm. Hm. Shit, ey. Ich gucke so halb auf den Fußball und sehe, ah, scheiße, da ist der Matte. Hattest du mal wieder nicht einen Brandfall dabei? Ah. Scheiße. Wieso Brandfall? Als du mit Capital of Oregon in die Matte gelatscht bist, wo wir vorher bei mir drauf geguckt haben. Was hat der Brandfall damit zu tun? Na, du hattest gerade Kapitao. Und du hattest, glaube ich, gerade die Brandpfeile. Hättest du auf die Matte geschossen, hättest du dich selbst umgezündet. Na, ich hätte einen Brandfall ja auch draufschließen können, dann wäre ich noch auch tot. Ja. Der wird noch für eine Feier gemacht, oder? Wir verheirten, die konnten weiterschützen. Ich wollte gerade eine Kontaktgranate werfen. Standort der Bombe in Gefahr. Mach ich mal. Entsprechend planen. Hm, hab, hab. Böses Auge ist bereit. Wand befestigt. Zehn Sekunden. Oh, die Wand ja zu. Zu. Reicht noch fünf Sekunden. Wandversstärkungen werden angebracht. Na, wo hast du jetzt deine Augen? Hm, in der Küche, am Regal und am Serviceeingang. Da wollte jemand, glaube ich, schon Serviceeingang rein. Ja, da ist auch wieder jemand. Dötig haben sie. Äh. Carly auch. Carly vorm Küchenfenster. Oh. Großer Huf. Ich hab geschossen von Carly. Aua, aua. Jetzt krieg ich wirklich noch Schaden. Hab bloß in die Hand geschossen. Kacke. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. 62. 62. Vielen Dank. Hahaha. Danke. Hö. Mist, Küche ist, ist das Auge kaputt. Ich weiß nicht mehr, ob da jemand drin ist. Ich guck mal rein. Okay, da guckst du jetzt hin. Eine Kamera ist von mir noch da. Also ich seh jetzt hier besser, das Küchenfenster. Ja. Wenn du wieder Serviceeingang gucken willst, ist das glaub ich besser. Wie ist das da draußen böse auf? Da draußen böse auf. Ne, was? Nein, das ist hier an der Wand vom Serviceeingang. Das in der Küche ist kaputt. Drohne hab ich ja. Die weiß, wo wir stehen, glaube ich. Nein, das ist drin, das ist drin. Das ist kein Gegnerverbleib. Denken Siegstatt. Ach, da drin. Hä? Ja, Küche. Da. Das Alter siegt. Ja, ich wollte gewinnen, deswegen. Ja, der eliminiert. Hä? Ja, die schießt du dann auf. Ich bin doch nie in den Rücken geschossen, eben. Als du von links nach rechts geworden bist. Guck ich mir nochmal an. Aber das Alter hat gesiegt. Hast du ein Schwein gehabt, ey. Man kann es sich auch ganz schön schwer machen, oder? Aber hey, 3-0 ist 3-0 und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau tschüss.